Wie funktioniert also die Umstellung von Handysignatur auf ID Austria und was muss man dabei beachten? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Hannes Stumer vom Verein Epicenter Works. Er ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag, vielen Dank fürs Kommen. Herr Stumer, die Handysignatur, die wird jetzt also durch die ID Austria setzt, in einer Woche ist es soweit, aber wozu brauche ich diese Anwendungen im Alltag überhaupt? Brauche ich das überhaupt? Rendiert sich es überhaupt, das zu beantragen für mich? Die ID Austria ist ein neues System, mit dem ich digital zum Beispiel beweisen kann, dass ich ich selbst bin. Also man kann digitale Ausweise wie den Führerschein zum Beispiel. Man kann auch digital unterschreiben. Das ist an der händischen Unterschrift gleichgestellt. Es wird zukünftig auch noch viel mehr Möglichkeiten geben. Das ist zum Beispiel Notariatsakte oder auf der Bank einen Kredit beantragen. Alles das ist auch denkbar. Und das ist jetzt quasi auch dann die Neuerung von der Handysignatur zur ID Austria. Was kann die jetzt konkret mehr? Genau. Also das sind genau diese Anwendungsfälle, die jetzt bei der Handysignatur noch nicht gehen. Eben so digitale Ausweise wie der Führerschein, Altersnachweis zukünftig. Es wird auch ein EU-System geben, das dann in der ganzen EU funktioniert. Da wird es auch dann denkbar sein, dass man sowas wie Rezepte vom Arzt drinnen hat oder Befunde zum Beispiel, aber auch Kundenkarten. Das ist dann aber bei der EU-Variante vor allem, wo das dann möglich sein wird. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich krank werde im EU-Ausland, haben dann Ärzte und Apotheken auch Einsicht dann in meine Krankenakte? Oder wie darf man sich das vorstellen? Wie genau das umgesetzt wird, ist noch nicht klar. Das wird erst jetzt fertig verhandelt. Also es wird sicher noch dauern, bis das dann wirklich kommt. Aber rein technisch ist jetzt mit der ID Austria für das schon die Voraussetzung geschaffen, wo auch all diese Daten dann drin gespeichert sind. Bis wann rechnet man da EU-weit mit einer EU-weiten Variante? Ist bis jetzt noch schwer zu sagen, vielleicht so in 2025, 2026, dass man dann schon mehr weiß, dass es dann vielleicht teilweise auch schon gibt. Aber das ist jetzt noch Spekulation. Jetzt ist es ja so, dass noch zwei Millionen Menschen die Handysignatur besitzen. Die haben noch nicht umgestellt auf ID Austria, weil ID Austria sind mittlerweile 1,6 Personen Menschen. Für die zwei Millionen, die es jetzt noch nicht haben, wie kann ich das jetzt umstellen? Muss ich da, wie wir es im Beitrag gehört haben, extra zum Amt gehen? Oder kann ich das online auch noch machen? Da kommt es darauf an, ob man schon eine Handysignatur hat. Also wer schon eine Handysignatur hat, die von der Behörde registriert wurde, also zum Beispiel bei FinanzOnline. Dann, also wenn ich die Handysignatur schon habe, dann kann ich einfach das online umstellen. Man loggt sich da einfach ein und wird bei dem nächsten Login schon automatisch weitergeleitet. Wenn ich jetzt noch keine Handysignatur habe, dann muss man zum Amt gehen. Dann muss man also zum Amt gehen, aber kann sich das für alle noch ausgehen, irgendwie bis zum 5. Dezember? Gibt es da vielleicht auch dann noch eine Übergangsfrist? Es gibt jetzt schon die Möglichkeit umzustellen. Also man kann auf Landespolizeidirektion zum Beispiel gehen oder Passbehörde. Manche Gemeinden machen das auch, aber das wird auch später noch möglich sein. Also man muss jetzt nicht bis zum 5. Dezember umstellen. Ist das auch dieser Gang zum Amt ein bisschen bezeichnend für die digitalen Behördengänge in Österreich sozusagen? Die ID Austria wird sicher Erleichterungen bringen, aber man muss auch dazu sagen, gerade weil so sensible Daten da drinnen sind, ist es auch wichtig, dass das auch sicher ist. Und da haben wir zum Beispiel beim Altersnachweis ist es sehr gut gelöst. Also wenn ich jetzt mein Alter digital nachweise, dann kann ich, kann mir der Staat jetzt oder niemand über die Schulter schauen, vor wem ich mich wann ausweise. Da hat es auch eine Datenschutzfolgenabschätzung gegeben, ist auch auf die Datenschutz-Community gehört worden. Auch wir waren da in Kontakt mit den Verantwortlichen. Was man allerdings auch sagen muss, es gibt aus dem Gesetz aus 2017 auch eine Protokollierungspflicht und nämlich dann, wenn es wirklich um sensiblere Daten geht, nämlich die Identität. Also wenn ich jetzt mich ausweise vor Ihnen zum Beispiel, dann wird das Protokolliert und wird genau mitgeschrieben, wo ich mich wann bewege. Und das ist natürlich das Gegenteil von Privatsphäre und da sollte man wahrscheinlich auf ein System wechseln, das dann auch die Daten respektiert. Das hört sich auch irgendwie schon nach einem kleinen Kritikpunkt an, beziehungsweise etwas, was man sich noch genauer ansehen müsste im Zuge der Implementierung dieser neuen ID Austria. Gibt es sonst noch irgendwelche Stellen, wo man vielleicht aufpassen müsste, Kritikpunkte? Hat sich das, wenn man sich das große Ganze ansieht, überhaupt gelohnt, umzustellen von der Handysignatur auf ID Austria? Also prinzipiell kann es sicher das Leben vereinfachen, wann auch so Amtswege digital möglich sein werden. Wie gesagt, es muss dann aber auch so umgesetzt werden, dass nur die Daten verarbeitet werden, die auch notwendig sind. Es ist nicht notwendig, dass jetzt eine zentrale Stelle mitschreibt, wann ich mich wo ausweise zum Beispiel. Und im EU-System, das kommen wird, da ist das schon verankert, dass das auch nicht so einfach ist, für die Staaten da mitzuschauen oder eine dritte Stelle. Aber hat da vielleicht auch schon der Digitalisierungsstaatssekretär irgendwie darauf reagiert, auf diese Daten, die da auch eben so gut nachvollziehbar sind in Österreich, dass das vielleicht nicht ganz optimal ist, dass man da genau verfolgen kann, wer wann wo wie war? Wie gesagt, bei dem Altersnachweis wurde das sehr gut gelöst. Bei der Identität ist es so, da wird dann argumentiert mit, es sind ja nur Metadaten, es wird ja nicht mitgeschrieben, was ich jetzt am Amt mache, sondern nur, wann ich wo meinen Ausweis herzeige. Aber da muss man auch dazu sagen, auch wenn der Zugriff dann beschränkt ist, es sind trotzdem sehr sensible Daten. Und wenn die in die falschen Hände geraten, kann es sehr schwere Auswirkungen haben. Haben wir bei der Post zum Beispiel gesehen, also das ist in Zeiten von IT-Attacken steigend, ist das natürlich wichtig, hier nur die Daten zu verarbeiten, die absolut notwendig sind. Also wenn ich Sie richtig verstehe, steigt durch die Verarbeitung dieser Daten dann auch das Risiko, dass es irgendwie, also nicht zu Datenschiebstahl kommt? So wie es jetzt gelöst ist, auf jeden Fall mit dieser Protokollierungspflicht, genau. Interessant. Ist die österreichische Verwaltung dann mit der Implementierung jetzt am 5. Dezember quasi im digitalen Zeitalter angekommen, kann man das so sagen? Es ist sicher ein Schritt Richtung Digitalisierung, der vieles einfacher machen wird, um jetzt wirklich eine digitale Infrastruktur aufzubauen, die auch unabhängig ist in Österreich. Da ist es aber noch ein längerer Weg. Also wir sehen jetzt bei der ID Austria, das wäre eine super Möglichkeit gewesen, endlich wegzukommen von Google und so weiter, von diesen großen US-Unternehmen. Es wird leider jetzt trotzdem sehr stark auf Google und Apple, auf die Apps, auf die App-Stores gesetzt. Ja, also es wäre jetzt, wäre eine gute Möglichkeit gewesen, auch eigene Lösungen zu entwickeln, die dann nicht mehr auf Google oder Apple angewiesen sind. Wie könnten die beispielsweise aussehen? Gibt es da irgendwelche Länder, die da als Vorbild dienen sozusagen? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dann über die App grundsätzlich als freie Software zu entwickeln. Das bedeutet, man ist dann eben nicht mehr an diese großen Unternehmen gebunden, sondern man kann das dann auch auf Handys, auf Smartphones anbieten, die jetzt Privatsphäre-freundlicher sind. Also wenn ich jetzt ein Smartphone habe, das nicht Google-fähig ist oder das, man muss anders sagen, ein Smartphone habe, das nicht auf Google angewiesen ist und meine Privatsphäre respektiert, dann wäre es einfacher gewesen, mit einer freien App das da auch zum Laufen zu bringen. Zum Abschluss noch kurz, aber ist das nicht auch eine immense Geldfrage? Kommt es nicht auch viel günstiger, einfach diese großen Unternehmen zu benutzen? Die App muss sowieso entwickelt werden. Die Kosten für die Entwicklung sind die gleichen und, ja, im Großen und Ganzen. Und was dazu kommt, ein zusätzlicher Vorteil wäre, das wird ja mit Steuergeld bezahlt und da hätte man den Vorteil, wenn es als freie Software auf den Markt gebracht wird, dass auch andere davon profitieren können, weil es auch wirklich für jeden zugänglich ist. Sei es jetzt private Unternehmen, die ein ähnliches System brauchen oder wo auch sonst noch solche Anwendungen gewünscht sind. Vielleicht hört uns ja wer von den Verantwortlichen zu. Ich sage jetzt vielen Dank an Hannes Stumer vom Epicenter Works. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.